Oh, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, 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 wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, oh, in deinem Zimmer liegt mal wieder alles kreuz und quer. Da muss mal jemand aufrollen und fragt sich nur noch wer. Da liegen Bonbons auf dem Boden und der Roller auf dem Tisch, auf dem Bett fliegen Welle hin und her. Das Schaukelpferd ist umgefallen, die Stühle stehen im Kopf und dein Zimmer gefällt dir immer mehr. Oh, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, 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 wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, oh, in deinem Zimmer kennst nur du dich wirklich aus. Denn nie musst du was suchen, du findest alles gleich heraus. Für deine Eltern ist es Chaos, aber du fühlst dich hier wohl in deiner eigenen Ordnung, die sie nicht verstehen. Und wenn man dich nur einfach mal in Ruhe spielen lässt, dann kommst du gerne auch mal raus, um fernzusehen. Oh, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, oh, oh, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hümpelz und am Sofa, Wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hempelz und am Sofa, wie sieht das hier bloß aus, wie bei Hempelz und am Sofa, wie sieht das hier bloß aus. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR